Dann gehen wir mal rein in den Kampfring. Vierte Folge, kein Absturz. Jetzt bleibt es hängen. Das würde mich nicht wundern. Das Spiel hat so ein bisschen mit Ladezone und Aufnahme. Nee? Boah. Applaus. Applaus, Applaus. Es ist durch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Laden überlebt. Cage. Äh, blauer Raum? Oder was steht da? Tatsache, blauer Raum. Gehen wir zum blauen Raum. Blau, 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 blüht der blaue Raum. Blau ist er ja nicht. Blau ist er ja nicht. Denn das soll blau, 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 blau sein. Wie, irgendwas ist blau. Doch ich seh, nichts hier ist blau. Das geht ja noch tiefer runter. Wie tief bist du gesunken. Wie tief bist du gesunken? Die ranken. Ha. War ein Gag. Ganz alt. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen. Da sind Leute. Willst du dir einig sein? Äh. Oh, Blut. Doch dieses Leben bietet so viel mehr. Wir müssen hier hin. Ich glaube, das ist der Cage, wo ich gerade bin. Bin ich gerade falsch gelaufen? Vielleicht soll ich ja doch, ja dann. Ahoi, Simon. Du brauchst etwas? Nee. Wie klaff. Hey, du siehst aus wie ich. Gucken, wen haben wir noch hier? Du brauchst etwas? Alter, denn. Oh, die haben Zwergenzeile. Ich glaube, da wird... Oh, da wird schweres Geschütz fällig. Ja, das müsste reichen. Die anderen sind sowieso aufgeladen. Sehr gut. Hä? Ach, hier ging es noch gerade aus. Hab ich gar nicht gesehen. Oder? Ah ja, okay. Hier und rechts. Manchmal so ein bisschen irreführend hier. Was ist ein richtiger Labyrinth? Das bin ich vom Spiel eigentlich gar nicht gewohnt. Es sind viele Gruppenkämpfer hier. Vielleicht ist es so eine Art Team-Deathmatch, was es denn hier gibt. Dann kommen wir hier rein. Dann schießt man sich erstmal mit Pfeilen ab und... ...ist dann am Ende der dann der Sieger. Sag mal, wie komme ich denn da hoch, bitte? Vielleicht auch den anderen Weg nehmen? Soll ich nicht in den blauen Raum, sondern... ...soll ich direkt zum Cage, oder? Na ja. Aber gut, vielleicht ist Käfig auch der andere... ...andere Beschreibung gedacht. Das zum Beispiel könnte ein Käfig sein. Hallo. Ich bin zum Kämpfen hier. Hier ist meine Empfehlungsschreiben. Ich bin zum Beispiel von Rolfstone, Heart of Bruma. Ich habe ihn in Monaten gesehen. Bitte sagen Sie, ihn nicht zu sein, wenn Sie ihn sprechen können. Mein, er war ein Impressive Warrior in seiner Zeit. Aber die Zeit hat sich in der Zeit verletzt, glaube ich. Zwischen Sie und mir, ich habe gehört, dass er viele von diesen Altamiri-Bastasen war während der Great War. Dann, wenn Sie ein Freund von ihm sind, Sie sind sicherlich willkommen hier. Geh durch die Passage hier unten und seh Wigelof in der Blumen. Er wird dich angefangen. Und äh... ...dass dich nicht getötet, okay? Die Stimme der schwarzen Reiter. Auenland! Beutelie! So müsste ich eigentlich reden. Aber das passt nicht zu Logan. Logan hat eine coole Stimme. Da ist Wigelof. Der wird mich also... Ah, der ist knäugig. Huch. Hey. Komm mir nicht so nah, ja? Gero trug mir auf euch... ...trug mir auf euch zu treffen. Ich bin hier, um zu kämpfen. Hm. Du denkst, du hast was es braucht, um es in die Pid zu machen? Es gibt eine Mermadon-Matche. Es passiert nur so, dass ich eine Öffnung auf dem Blumen-Team. Alle Pid-Dogs beginnen als Herausforderer zu unseren Mermadon-Level-Fightern. Wenn du es in die Richtung interessieren möchtest, dann bist du mein Gast. Insofern. Jeder beginnt auf dem Blumen-Team und sich von dort bewertet. Prefiere dich selbst. Und lass mich wissen, wenn du bereit bist, um zu kämpfen. Was ist mit meiner Bezahlung? Well, du musst erst leben leben. Hahaha. Aber jeder Mermadon-Matche betrifft 250 Gold in der Käse. Reportiere zu Goru, nach jedem Kampf für deine Erhöhungen. Wenn du bereit bist, um wieder zu kämpfen, komm, mich zu sehen. Okay. Okay, aber das werden wir ja locker überleben, denke ich, ne? Skycutter. Den packe ich aber jetzt in Zweifel aus. Also wenn die wirklich die dicken Zwergendinge auspacken, dann kommt der Skycutter zum Einsatz. Aber ansonsten ganz simpel, ganz einfach. Das müsste ich aber auch mit Schild ein bisschen blocken können. Also, äh... Der Zauberbrecher ist bestimmt ganz gut. Ja, sorry. So, gut. Fertig. Ich bin zum Kampf bereit. Sehr gut. Dein ersten Kampf wird gegen einen besonders schrecklichen Ork. Mit einem entzündeten Mase. Er ist eine große Brut und kann einen Halt nehmen. Also, bleib auf deinen Beinen. Folle mich. Meine Damen und Herren. Willkommen zu einem anderen spannenden Rund der Aktion. In der Kampfkampf. Oh! 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 Sophie ist dabei. Ups! Oh, ja! Dein ersten Kampf! Hmhmhmhmhm. Ne, geht gleich weiter. Ich muss Sophia mal kurz sagen, dass sie da stehen bleibt. Das wäre unfair jetzt. War es da etwas, was du wolltest? Ja, äh, warte hier. Ich hoffe, ich werde nicht durch Banditen geplant werden. Obwohl sie natürlich gut sind. Ich kann sich mit den Leuten hier unterhalten, aber dann... Pass auf, ich wäre versüchtig. Wollen wir nicht rumhängen dann? Sehr gut. Er ist eine große Brut. Ich kann einen Halt nehmen. Also, bleib auf deinen Beinen. Seid mich. Sei auf deinen Trost. Ne, das ist glaube ich besser, wenn... ...Sie stehen bleibt. Weil den Krio alleine platt. Seid mich so ein bisschen an Fight Club. Ja, ja! Dein erste Kampf! Du kennst ihn und du liebst ihn! Hähling von Markkorn! Aufgrund der Dragontail-Mauten! Lass uns einen großen Rund von Klauen für dein Lieblings, Hähling von Markkorn! Morkkorn! 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 Du bist ein Challenger! Und so, wir haben zwei Kampfhörer, voll mit Rage und bereit, um eine Kampf zu machen. Zwei Warrere haben in diesem Pid, aber nur ein Warrere ist ein! Ein Warrere ist ein Warrer! Ein Warrere ist ein Warrer! Zwei gehen rein! Einer kommt raus! Zwei gehen rein! Einer geht raus! Deine Warrere sind bereit für die Krieg! Lass uns herausfinden, wer es sein wird! Victorious! Lass das Spiel beginnen! Komm! Weichei! Ja! Schon Angst? Das war einfach! Du! 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 Alter, äh! Das ist langer an! Uuuu! Rainer hat das so an gelacht! Hihihi! Mal gucken, was er hat. Oh, die nehm ich mit. We have it. A devastating mauling by our challenger. Let's hear it for the new Pit Dog. We'll have another match coming soon, so don't go away. Let's see if this challenger from the blue team can keep it up. Let's see if we can keep it up. Yeah, then I'll go back. That was great. Okay, I'll stay here with Gros. Stimmt, he's up. That was pretty easy, no? Very cool. And then we'll hit the back with full blood and it's gone. Hey, I'm going to go around. Oh, no. Oh, no. I'm going to go up to the cage. There's no one against the loan. I'm here because of my bad loan. Oh, yes. You certainly earned this. 250 gold for a Miramadon match. Well done. Now there's just one thing challenger. We need you to choose a name so we can put on the cards for any more matches you fight him. Please see Wigloff and decide what you want to call yourself. Will you? Man nennt mich schlechter. Ne. Natürlich, das werde ich noch in diesem Video behalten. Wegen dem Namen. Und dann mache ich einen Cut. Denn ist das Spiel tatsächlich immer ohne Absturz passiert. Das ist interessant. Das wechselt sich anscheinend ab. Gru erwähnt etwas von wegen einem Namen aussuchen. Du hast wirklich viele Leute da draußen, Pit Dog. Du hast gut, oder zumindest gut genug. Die meisten Pit Dogs machen es nicht durch einen Miramadon-Match. Aber du? Du könntest speziell sein. Ich habe einen Augenblick auf diese Art. Zeit wird sagen. Also, ja. Was nennen wir dich? Ich habe... Ich habe den Urteil. Schattenfluch. Jesus. Todbringer. Der dunkle Assassin. Der passt natürlich perfekt für den späteren Spieler. Lautlose Pfeil ist eigentlich auch geil. Das Drachenblut. Blut. Wird mir natürlich auch cool. Deathbringer. Hm. Boah, was nehme ich denn jetzt? Jetzt würde ich schon fast sagen, entscheidet ihr, aber da kommen zwei Leute und der Rest fühlt sich benachteiligt. Nee. Ich bin das Drachenblut. Sehr gut, Pitdog. Du wirst jetzt als Dragonborn. Bekriege dich selbst und lass mich wissen, wenn du bereit bist, zu kämpfen. Ja, noch nicht. Sehr gut. Nächster Kampf steht an. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020